Jo Leute, willkommen zu einem neuen kurzen Video hier vom Kanal und heute geht es um eine Woche 6 Aufgabe und zwar lege 100 Meter zurück während du tanzt. Ich zeige euch hier ganz einfach wie das Ganze funktioniert, die ganz kurze Erklärung hier. Deswegen würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt in eine Runde rein. So und für diese Aufgabe ist es natürlich völlig egal, wo wir hingehen, deswegen würde ich sagen, lande ich einfach mal irgendwo, wo wir kurz ein bisschen Ruhe haben. So und ich lande jetzt hier am Rand der Karte und dann zeige ich euch, wie man 100 Meter damit zurücklegt, während man tanzt. Denn das ist ganz einfach, man muss einfach einen Fortbildungs-Emote benutzen, zum Beispiel Dummi die Dumm, das eine Mode, was hier kostenlos im Battle Pass verfügbar ist. Und damit müsst ihr einfach nur ein bisschen vorne rennen, 100 Meter insgesamt und damit ist das Ganze auch schon sehr einfach getan. Wie gesagt, das ganze Emote ist hier kostenlos im Battle Pass. Einer der ersten Emotes, die man kriegt, nimmt euch das also und rennt damit ein bisschen rum. 100 Meter sollten auf jeden Fall auch schnell gemacht sein. Und auf jeden Fall war das hier die kurze Erklärung. Wie gesagt, nehmt euch irgendein Fortbildungs-Emote. Das geht auch zum Beispiel noch irgendein anderes, wie zum Beispiel das alte Pony-Rid-Emote. Damit kann man auch noch vorne rennen, wie man sieht. Oder auch mit dem neuen natürlich. Damit geht es genauso. Was gibt es sonst noch so? Zum Beispiel der Gacka-Schritt, damit geht es auch. Also wie gesagt, einfach irgendein Fortbildungs-Emote nehmen, damit dann nach vorne rennen. Und das war es dann auch schon dazu. Das war es dann auch schon mit der kurzen Erklärung an der Stelle. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Bis dann und ciao.